Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Subnautica und wir fangen an damit, Erzappen zu bauen. Als nächstes holen wir ein paar Schlingpflanzen mit Büschel und eine Handvoll Säurepilze. Dann bauen wir uns Schwimmflossen, einen Scantner und eine Tauchflasche. Als nächstes suchen wir nach Fragmenten zum Muskeln. Als nächstes baue ich die mobile Fahrzeugkondition. Dafür fehlt mir nur eine Energiezelle. Für eine Energiezelle brauche ich Säurepilze, Pupfer und Silikongummi. Dann baue ich zwei Batterien und aus denen eine Energiezelle. Und aus einem Titanfahnen, einem Schmierstoff und einer Energiezelle brauche ich eine mobile Fahrzeugstation. Jetzt setze ich die Fahrzeugstation aus und als nächstes baue ich mir eine Seemotte. Dafür brauche ich ein Titanenband, eine Energiezelle, zweimal Glas und einmal Schmierstoff. Für den Titanenband nehme ich mir Metallschrott. Dann baue ich schon mal Schmierstoff. Dann baue ich schon mal Schmierstoff. Und ein Titanenband. Als nächstes brauche ich Watt für Glas. Dann baue ich schon mal Schmierstoff. So, jetzt habe ich die Seemotte-Pferde drauf. Und kann mich jetzt schneller und sicher nach vorne bewegen. Dann nutze ich das mal aus, um da zu erzeugen. Insel zu kommen. So, jetzt kommt die Seemotte-Pferde drauf. Hier angekommen, lege ich mal die Würfel hier rein. Und aktiviert sich hier das Portal und ich gehe da nichts rein. Und jetzt komme ich hier raus. Das Licht braucht nur Sekunde zum Laden. Nun gebe ich mich hier oben raus. Und jetzt bin ich auf der anderen Insel und kann hier alles scannen und erforschen und so weiter. Zuerst erforsche ich dieses Gebäude hier. Als nächstes schaue ich danach. Aber ich würde dann auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt, meinen Kanal abonnieren. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Video gerne einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr was nenntes in die Kommentare schreiben könntet. Jetzt seht ihr links noch ein Video für euch vorgeschlagen. Und das Schiff scheint zu explodieren. Und das Schiff scheint zu explodieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.